Wir machen hier eine kleine Aktion anlässlich des Millennium-Gipfels. Wir können nicht tatenlos sitzen bleiben, während über eine Milliarde Menschen um uns täglich über Leben kämpfen. Wir stehen auf, weil uns die Überzeugung eint, dass eine Welt ohne Armut und Hunger möglich ist. Von den Regierungen der reichen Länder erwarten wir, dass wir ihre Versprechen halten. Und wir fordern von den Regierungen der armen Länder, es sich zur obersten Aufgabe zu machen, Menschen im eigenen Land aus der Armut zu befreien. Wir senden eine Botschaft an die Teilnehmer des Weltarmuts-Gipfels in New York. Halten Sie Ihr Versprechen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr und vereinbaren Sie konkrete und verbindliche Schritte, um die Millennium-Ziele zu erreichen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.